Oh, gut. Hier wird es auch langsam. Hier sind es nur noch vier Reihen, aber hier müssen wir einzeln machen. Wenn wir Glück haben, kommt das sogar hin mit dem Füllen von dem Eck hier. Mal gucken. Oh, ich habe gerade nichts zu tun. Dann macht man die nächste große Fläche. Ah, hier haben sie sich fast. Da sind von hier oben saßt aus. Das hätten sie schon, aber es ist noch ein bisschen was von der Ebene übrig. Und wieder mal jemand, der seine Steine hat liegen lassen. Das war ich nicht. Das ist jetzt zu hoch. Und soweit ich das, kann mal jemand das Loch da wieder auffüllen. Du nimmst schön brav die Erde und packst sie wieder da rein, wo es sich hört. Gut, brav. Ich bin nämlich nicht ganz sicher, ich glaube, wir sind überhaupt nicht mehr auf dem Erdfleck, die ich da mal gebaut habe. Ja, genau so kann man es auch machen, natürlich. Genau was ich erreichen wollte. Das ist es. Okay, anders als so geht es gerade leider nicht. Hier klappt das. Sieht jedenfalls ziemlich okay aus. Und hey, wir haben bald 20% von unserem nächsten Brick-Tron. Ich habe bald 20% von diesem Brick-Tron. Ich habe bald 20% von dem Brick-Tron. Was auch immer das wieder soll. Ja, du musst schon die Treppe nehmen. Ja, wir haben mal wieder einen Moment, wo ich nicht viel reden kann, weil er hat warten müssen, bis unsere Brick-Torns soweit sind, auch wenn es hier eigentlich nicht mehr so lang dauern sollte. Ja. 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 Okay. Ja. So, jetzt ist die große Frage. Kriegen wir das hin? Nein, nein, nein. Blöde Steuerung, ey. Weg mit euch. Haut mal ab. Nichts. Warte. Oh, ernsthaft, ey. Okay. Dann haut halt weg, was ihr da weghauen könnt und wir füllen das nachher mit Holz auf. Deswegen sage ich, da bräuchte man einen Waze und einen Lower Task, zwei verschiedene und nicht beides in einem. Aber das wird nie kommen, leider. Soll ich das, was ihr da, was ihr da? Ja, ja, ja. Das war's für heute. 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 Oh, langsam kann er ihm, dass er bis hier auf die Kekse geht. Oh, seid ihr hier auch wieder fertig? Ja, dass das Raster so wackelig ist, finde ich auch nicht gerade toll. So. Ich mag das Spiel. Aber ich finde, es hätte viel mehr Liebe gebrauchen können irgendwie. Der war einer Meinung nach, hat das fast immer noch Early Access Stand. Nur weil die Features alle implementiert wurden, die sie implementieren wollten, dann ist es nicht, dass das Spiel fertig ist. Ganz ehrlich. So schön das Spiel auch ist. Das war's für heute. So schön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020